Hallo liebe Leute und willkommen wieder zurück zum Let's Play von Wolfenstein, The Odd Blood. Wir sind jetzt hier im Gefängnistrakt. Ich habe echt keinen Plan, wie es weitergeht. Ich bin auf alles gefasst hier. Okay. Alle Klärchen. Einen Moment. Ist alles okay, alles okay, alles okay, alles okay, alles okay. Alles okay. Ja, bestimmt. Was ist, wenn sie nur schläft? Wenn sie schläft. Und durch ihre Tonnen. Erzähl mir von dem Geheimnis. Was weiß Helga? Oh mein Junge. Bist du von der Franz zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wieder sehe. Oh, mein kleiner, süßer Junge. Will er jetzt mit uns irgendwelche schwulen Sachen haben, oder was? Du verwechselst mich mit jemandem. Das ist eine Sekunde lang. Kliniken-Patient. Mithilfe der in der Burg Wolfenstein eingesperrten Geisteskranken sammelt Helga von Schaps. Esoterisches Wissen. Was ist zur Hölle? Wir haben hier Vorurteile. Heimlich getötete Kommandanten. Getötet mit Schockhammer. Schockhammer. Okay. Mit der letzten Kugel eines Magazins. Schaltet die Fähigkeit frei. Durch wiederholtes drückende Nachladentaste die Nachladegeschwindigkeit zu erhöhen. Ah, okay. Getötet mit Akimu. Getötet damit. Es gibt so viele Tötungsmöglichkeiten hier. Schaltet das Überladen der Rüstung frei. Helme gesammelt. Neun. Überladen deine Gesundheit um 200 zu erreichen. Beschleunigt die Gesundheitsregel. Oh, krass. Schaltet vorigen Vorteil frei. Ja, ja. Ja, ja. Dreckige. Ah, du kannst zwei zusätzliche Granaten. Also wir müssen hier auf jeden Fall noch mal gucken, was hier noch... Ah, was haben wir denn hier? Artikel. Mittealterliches Schwert in Wolfburg ausgegraben. Wer sich's gerne durchlesen möchte, auch hier wieder. Ihr seid... Frei dazu, es anzuhalten. Laufe vorwärts und drücke Umschalt... Äh, nirgends. Ja, was für ein geiler Move hier. Zing! Wir haben ne Karte. Mal gleich gucken. Oh, man, merkwürdig. Ich erinnere mich noch an ihre Augen. Die dreckigen Fenster aller verlassenen Hütter. Meine Mutter dachte, dass es durchs Blut übertragen hat. Okay. Sehen ja schon hier alle so ein bisschen geisteskrank aus. Ja, der war nicht gut, ich weiß. Da ist aber ein Raum offen. Wow. Oh, was ist denn hier passiert? Alter, Verwalter. Da gab's wohl nen riesen... Pfff. Und weg war er. Karte aktualisiert. Was haben wir hier? Midi-Sockel. Das brauchen wir jetzt noch nicht einsammeln. Ruhe bewahren. Für die Nation. Positive Gedanken. Ich kann hier auch nicht helfen, dem Typen. Alter, Verwalter. Also, äh... Da kann man runterspringen. Also, die haben hier keine Möglichkeit, irgendwie hier wegzukommen. Alter, Verwalter. Da komm ich nicht durch. Jetzt haben wir hier, der betet, da. Da ist der Typ. Das ist doch unser Freund. Dem wir da folgen müssen. Wow. Alter. Alter. Alter, muss da zustechen selber. Wow. Elite-Soldat. Die Elite-Soldaten der Spezialeinheit für paranormale Vorgänge sind gefürchtet und für ihre Brutalität und Erbarmungslosigkeit bekannt. Der hat auf uns eingestochen. Alter Falter. Was? Was lan? Was lan? Was lan? Oh, fett. Da haben wir wieder was gefunden. E. Notiz eines Offiziers an... Ach, Helmut. Ja, wer sich das hier auch gerne durchlesen möchte, ihr wisst Bescheid. Und hier auch. Wisst ihr Bescheid. Äh, da haben wir 40, da halten wir 40, da haben wir Helm, Helm. Ähm. Plus 40 Gesundheit, was, wenn wir jetzt dorthin rennen und auch nochmal 40 Gesundheit einsammeln. Plus 80 und 40. Nein, hätten wir 100 gehabt, hätten wir hier schon 200 gehabt. Ah, scheiße. Dann klettern wir schnell, mein Freund. Okay. Dann klettern wir schnell, mein Freund. Meine Güte, was für ein verdammter Riesenhund. Kommt, garantiert hier wieder. Scheiße. Scheiße. Wir haben hier nichts mehr. Also, irgendwelche Dosenfrasen und Dosenfutter hier. Alter. Achso. Oh. Akimbo-Rohr. Was? Karte aktualisiert? Akimbo-Rohr. Akimbo-Rohr. Alter, was ist das für ein Hund? Ah! Oh! Oh! Alter, Walter. Alter! Au! Boah, hab ich mich erschrocken, Alter. Ah, das gibt es doch gar nicht. Schalte Kommandanten aus, bevor sie Verstärkung rufen können. Hört sich logisch an. Wir haben wieder Gold gefunden. Haben wir viel Gold? Nein, wir haben leider ein Goldding aus den Augen verloren. Scheiße. Ah, fuck, wir haben hier einen 80er Medisockel. Scheiße, wir brauchen unbedingt... Unbedingt irgendwo noch schnell mehr die Sockel. Aua, aua, aua. Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck it. Okay, das wird jetzt hier wieder so ein... Kleiner Fight werden hier. Oh, Granate hat er geschmissen, die Sau. Kein Problem. Bam, 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 bam. Scheiße. Wir haben 120er Munition, nochmal 20er Munition eingesammelt. Wir treffen hier überhaupt auch einmal. Hans, wir haben hier noch einen Wo? Ja, wo ist er denn? Ich würde mal sagen Zeit für Doppel-Ladung Immer schön die ganzen Helme wir einsammeln Ist ja irgendwie schon so ein bisschen böse, oder? Die Helme der Toten aufzusammeln Hallo Liegt Bleib liegen, Alter Oh, ist das krass hier Nix hier Alter, wir haben den Kopf weggefetzt mit dem Wusste ich gar nicht, dass das geht hier Bumm 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 Scheiße, das wollte ich eigentlich alles gar nicht, aber irgendwie ist das leider so passiert Tut mir leid Scheiße Wart doch nach, Mann Alter Verwalter Oh Steward Scheiße Das geht leider nicht Achso Scheiße So ein Mist Wollt ihr eigentlich doch ja nicht Wo war hier noch was? Da war Ähm Da war, wollte ich sagen Ist mir gerade die Stimme weggeblieben Alle Klärchen Was haben wir hier? Oh, ja 37 Helme 68 Scheiße, wir brauchen unbedingt mehr Medisockel Nein Ich sehe es schon wieder Komm, wir finden nicht diesen einen Medisockel Der uns jetzt helfen könnte 86 60 Limit erreicht Nein, 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 nein 69 79 Boah, den, den haben wir ja richtig die Gesicht weggeschossen Neue Waffe Kampfpistole Scheiße, wir finden, glaube ich, dies alles nicht mehr Einmal Gold fehlt uns leider Scheiße Und wo schießen die denn? Ach, von da wieder. Ja, da bin ich. Moinsen. Wow. Alter, voll weiter hier. Was ist denn hier los mit euch? Können wir alles nicht aufheben hier? Ist ja was, so eine riesen Schutzweste. Alter, Alter. Ey, wer schießt denn da wieder? Wie jetzt? Wie jetzt? Wo? 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 Ich hab's doch gar nicht. Ich glaub, wir sollten mal zur Kampfpistole wechseln. Die macht garantiert ein bisschen mehr... Das ist eine Luger. Ach nee, da unten ist die. Boah, die macht garantiert einen Bums. Wow. Scheiße. Boom. Krasse Sache. Ah, ist das geil. Wie kriegst du mich hier nicht so leicht hier? Ah, fuck. Ja, fahr rein. Ach so, ja. Fuck, 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 weg. Ah, hier ist ja noch so ein Mögi-Socke gewesen. Verdammt. Damn. Also ich glaub, wenn man immer mit... Beinen, äh, spielt. Also jeweils Akimbo. Dann ist das immer ein bisschen so ungenau. Ah, vielleicht versteht der mir. Warte, grad hier meine. Und so. Ich sammle grad die ganzen Helme. Alla, 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 hier. Toten Leute hier hoch. Haben wir hier irgendwas Schickes? Nö, wir haben wir nichts. Was? Was ist denn das Blitzzeichen da oben? Ich glaub, das ist unsere Aufgabe. Ich glaub, wir können auch nicht schwimmen. Sprengpatron. Ach so, deswegen. Ah, fuck, wir müssen da rüber, glaub ich, oder? Ne, wisst du was? Ich glaub, wir müssen da rüber mal. Noch einen schönen Helm aufsammeln. Lauf, 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 lauf. Da nicht mehr. Ach so, wir können auch schwimmen. Wusste ich nicht. Wir können auch schwimmen hier. Wir sollten aber auch nicht zu lange, glaub ich, unten bleiben. Wirft sich nicht gerade sehr gesund auf unserer Gesundheit aus. Aber wir, hey, kann aber auch mal ein bisschen schneller schwimmen hier. Wir sind ja nicht irgendwo mal hoch, ja. Jetzt sagt mir nicht, wir hätten ins Boot steigen müssen. Ich würde mal sagen, wir steigen mal kurz ins Boot. Und wenn wir das jetzt noch fahren können, dann, äh... Ja. Ey, scheiße, ich wollte da rüber, aber. So, fuck, nein. Ich hätte es anders machen müssen. Nein. Alles nur deine Schuld. Und deine. Was für komische Drohnen hier. Bumm. 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 Nix hier mehr. Verkackt. War immer nett zu euch. Aber da habt ihr es übertrieben hier. Bumm. Bringt ja gar nichts. Alter, 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 alter. Aber wie können wir richtig die Dinger hier zer... Bumm. Das wird heftig. Man kann hier regelrecht in Stücke schießen. Ist das heftig. Ist das geil, aber. Oh, ich glaube, der schießt ja auch noch bei uns. Jetzt müssen wir wohl hier durch. Schankerdön. Oh, das war's. Das Tor schließt sich. Der halbe ist er eigentlich auch. Ich gebe ihm vollkommen recht. Fable. Kapitel 2. Die Docks. Okay, wir sind schon Kapitel 2. Und danke mir fürs Zuschauen von... Äh, rampampampampampampampamp. Ich hätte mir gerade das Spiel genommen. Ich gebe dir mal ein. Verdammt. Damn. Wolfenstein, Dion Blatt. Ja, das war's. Dankeschön mir fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo, ein Like oder ein Kommi oder sonst was. Und, äh, ja. Dann hoffe ich aber bis zur nächsten Folge. Tschau. Bis zum nächsten Mal.